ARTI Der Vorteil ist, warum auch immer, man kann einen Ventilator einbauen, obwohl das Ding ja genauso offen ist. Aber soll mich nicht stören, ist drin, nutze ich. Gut, dann krieche ich mal hier den Berg hoch, das ist ja echt mit 6 kmh KV-like. Ich denke mal die kleine Kanone wird das noch sein vom Vorgänger. Also keine maximale Reichweite. Und Schaden ist auch eher unter uns. Ich weiß es gar nicht, habe ich gar nicht geschaut. Müsste ich mal in Erfahrung ziehen. So, was haben wir denn hier oben? Eine BS, das ist ja eine Art I2 sogar. Aber hat der Gegner auch. So, Panzer 4, ich denke mal der wird das Ganze hier ein bisschen abfedern, wenn was kommt. So, man sieht hier, dass ich keine Reichweite habe. So, hier ist ein KV. Oh, warum auch immer die Linie hier rot, äh, rot wird sech. Grau wird. Ich habe das dumme Gefühl, mein Rohr reicht nicht hoch. Das habe ich auch noch nie erlebt hier. Na, ich komme nicht ran hier. Das Rote ist ja, wenn irgendein Hindernis im Weg ist, aber hier das Rohr geht nicht weit nach oben. Ich stehe ja scheinbar zu steil. Na, gucke ich erst mal hier rüber. Kein Bock jetzt weiterzufahren. So, jetzt ist der Kratzer aufgeploppt. Na, ich gehe mal nochmal in die Stadt. Hat sich jetzt was getan? Ne, es reicht immer noch nicht. Ich muss mich echt bewegen. So, Alex da unten. Gut, das macht der Panzer 4 hier vorne. Probiert er ihn zu killen. Ah, der kleine Luchs ist draufgegangen. So, wir beachten die Uhr. Es ist 12 Minuten 40 Zeit. Und wie viele Leute haben wir schon verloren? Genau. Ah, hehehe. So, das musste ich mir jetzt mal genehmigen. Wie geht denn das? Keine 2,5 Minuten und schon sind alle tot. Fast alle. Wir haben einen einzigen Kill bisher. Das war ein Churchill. An einem TD. Toll. Warum muss die Runde so bescheiden anfangen? Dann will ich doch nur eine Arti fahren. Eine neue. Und dann machen die sowas. Also bei gutem Willen, aber ne, das kriege ich auch nicht hin. Hehehe. Ach, verdammt. Einen einzigen Kill haben wir gemacht. Ja, toll. Die haben vermutlich alle noch, wie der hier, fett leben. Mit meiner Mikrokanone, da reichte ich gar nichts. So, ich gucke einfach mal auf die Flagge. Getarnt bin ich ja. Ach nee, jetzt kommt ja auch noch von vorne einer. Ich dachte schon, ich könnte mich getarren und keiner fährt hoch, sondern nimmt nur einen. Aber ich muss mich dem stellen. Ja, toll. 1 zu 14 mittlerweile. Na, vielleicht mache ich noch ein bisschen Schaden. Dann kriege ich minimal Credits. Oh man, ja. Das war kein Team, das war echt hier. Nichts war das. Los, komm her, Panzer 38. Ich pound dich jetzt weg. Ja, jetzt schlenkert der auch noch. Den haben wir fertig gemacht. Lol, die sind immer noch fett. Der macht nicht fertig. Was war's für uns? Raus hier! Aber ich habe noch einen Kill gemacht, juhu. Oh man. Ja, kurzes Video, ne? Ey, 103 XP. Geil. Super. Schade, dass es bei 1&1 nicht schon Meisterschützen gibt. Alles klar, bis dem nächsten Mal. Bye, bye.